Das war's nicht so, dass ich mich gerade im Rücken habe. Ich bin zu ständig. Ich bin zu ständig. Ich habe mich schon schwer. So, das ist die Standardzeit. Ist das so, oder? Hm. So, ich war schon mal. Ja, das ist ein Problem. Genau, das ist ein Problem. Oh, wie soll es denn? Jetzt sagen wir mal, die Jacken dann essen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Super, passt zum Schlappen. Schönes Gerätchen. Wunderschön. Ja, ich bin ganz schön. 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 Genau so wie bei der Selektionzeit. Ja. Also keine Einschränkungen. Ah, nein, ich habe nie gesagt. Ja, der darf der Pass gar keinen Karpust machen. Ist das schwer? Ja, du kannst ja mal einen Nächsten lang machen. Na ja, was soll ich jetzt machen? 2.500 Euro. Ohne den Koffer, gell? 2.500 Euro. 2.500 Euro. Das kostet so viel Euro wie ja eh noch, ne? Habe ich ja gedacht. 2.600 Euro. 2.600 Euro. 2.600 Euro. Das sagt er. Ja, das ist eben. Bei allen Geräten geht er nicht. Aber das kommt. Das ist nicht. Da will ich das. Ja, das wird man jetzt. Das ist ja auch schon gar nicht. Ja, aber... Ach, ja. Ja, aber... Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. Heute? Nein, leider nicht. Nein, leider nicht. Aber der Springer ist dann auch zugeschaltet. Ja, das gehört mir nicht. Das muss ich lieber. Ja. Die Partei... Meine Schuhe, das ist einfach noch aus. Nein, nein... Nein, nein. Nein, nein. Seid, bitte. Ja, nein, nein. Nein, nein. Also, wenn ich durchgehen ist Dauer Schach, oder? Wenn ich jetzt durchgehen kann ich nicht winnen, oder? Zack, zack, schach. Ja, probieren wir mal. Komm, schach. 2, schach. Hey, Minus, Minus, ja, jetzt geht's gut. Minus. Ah, Minus. Bluffen, bluffen. Bluffen. Anti-Bernhard-Level. Und jetzt? Ja, natürlich. Das ist schon die pure Antwort. Minus 1, so geht's gut. Ja, das geht weiter. Sturm, da sieht man ja auch nicht mehr rum aus. Was ist denn so gut? Drei Scheiße. Wie der Zocker. Nein, voll, ist der Turm C4, oder? Turm C5. Oh, das ist ein Sack. Turm C5? Ja, muss er. Ja. Und was hat er denn? Nichts hat er, oder? Oh, das ist schön. Muss er, das geht doch nicht. Ja, wieso nicht? Ja, muss er. Hier, wo gehst du hin? Ja. Und dann? Aha. Dann spring er auf hier. Und dann? Nein, dann geh ich aber da her auf, die zwei. Wenn ich da schlag, dann hab ich da mal. So sieht's aus. Ja. Nur nicht mit Schach. 001. Aber warum? Na immer. Keine Ahnung. Wenn aber keine Ahnung. Werner! Schach. Wieso hast du bloß 7 gehabt und das heißt bloß 001? Ja, das wissen wir auch nicht. Ja, das weiß ich auch nicht. Zu schwer. Hol mir Bier, Franz. 5, klar. Ja. Ja. Mhm. Dann gibt man da auch Schach, oder? Nein. Ich springe bis 6. Ich springe bis 6. Ich springe bis 6, hätte ich gesagt, oder? Ja, ich springe auch noch. Ja, auch noch. Aber gut. Ist auch lästiger Teufel, oder? Yes. Boom. Hier. Okay. Gibt's schon wieder Schach, oder was? Ist möglich. Ja. Mhm. Gut. Aber dann geht's auch wieder Schach, oder was? 10 gegen 1. Das ist doch eine schöne Partie, oder? Ja, das ist schon drauf. Genau. Ah, ich muss erst mal den Springer richten. Ja. Nein, ich springe jetzt mal los. Ja. Ich springe jetzt mal los. Ja. 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 Ja, das ist schwierig gesagt. Ja, das ist schwierig gesagt. Ja. Ja. Ja, das ist nicht schwierig gesagt. Ja, das ist schwierig gesagt. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich nicht wichtig. Ja. Für den Gewinner. Ja, ich erwarte. Für den Gewinner. Danke dir. Erwartet? Ja, ja. Was ist mir hier dabei? Erwartet? Ja, ja, ja. Ja, aber ich bin mir schon. Ja, kostet ja schon ein Wort. Keine Ahnung, was da passiert, Bernhard? Ja, aber kannst du auch eine Winne mit Schwarz? Ja! Aber 15 Sekunden ist nicht gut. 30 mit 3-BK. Probeier mal 15 Sekunden mit gut. Das wird etwas schwieriger sein. Ja, das ist praktisch.